wir sind jetzt live in berlin beim training von deutsche nationalelf und da es ist ein ganz großer fan von nationalelf er heißt milan und wir haben gleich ein interview mit ihm und hier sehen wir tamming und renzen den zwei superstars der em für deutschland gleich haben wir ein exklusives interview mit beiden das sieht ja schon ganz gut aus damit gewinnen hier hoffentlich das em und jetzt gehen wir zum interview mit milan wir haben jetzt ein live interview hier aus berlin mit dem größten fan von deutscher nationalelf milan milan denkst du dass die deutsche nationalelf das em gewinnt ich denke schon ich bin stolz auf die deutsche mannschaft sie werden den em und was ist deine lieblingsspieler milan schweizsteiger der an bayern spieler genau okay tschüss dann tschüss und hier sehen wir wieder milan er musste eingesperrt werden weil er auf das feld gerannt ist er ist ein ganz großer fan und er will gerne ein autogramm und das wird zemm ich möchte ein autogramm das darfst du guten tag wir sind hier wieder live aus berlin auf dem training der deutsche nationalelf nehmen ränzen und neben samming kalli hallo guten tag okay das ist sehr schön dass du mir einen guten tag wünscht und denkst du dass deutschland das em gewinnen wird ja sicherlich sind die beste sehr sehr schön und ränzen freust du dich schon auf dem das feste nach dem hier wieder in berlin wenn deutschland das em gewonnen hat ja aber nur ein bisschen ich habe mehr lust in das em okay okay ist schön schön und wenn du da lust erfasst dann werden wir sicher gewinnen aber natürlich okay das war es hier aus berlin tschüss auf die schnitzel